Hallo liebe Leute, hier ist der Zelda-Ben hier, heute mal mit noch einem Video-Special. Ich habe heute zwei Dinge zu erwähnen. Zum einen geht es eben darum, dass ich in letzter Zeit gemerkt habe, dass Part 5 meines Playthroughs zu Zelda Twilight Princess wackelig ist. Ich muss sagen, sorry Leute, es tut mir leid, dass das eben dazu gekommen ist. Ich habe schon versucht auf meinem PC das Video nochmal zu finden, um es nochmal in nistwackeliger Version hochzuladen. Ich habe es leider nicht mehr gefunden, ich kann leider nichts mehr dran ändern. Deswegen ist das so, dass es eben wackelig ist. Es tut mir wirklich leid, also die, die vielleicht meinen Kanal nicht mehr weiterempfehlen oder meine Videos vielleicht nicht mehr gucken, weil die eben das wackelige Video gesehen haben, bitte verzeiht mir. Ich würde mich erst freuen und bitte guckt meine Videos weiter und empfiehlt mich weiter. Ich weiß, das ist ein bisschen doof, aber ich werde auch in nächster Zeit probieren, das eben zu vermeiden, damit die Videos nicht mehr so wackelig sind. Auch wenn dem sein, dass das Video wackelig ist, ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß daran, es zu gucken. Und ich hoffe, man kann da immer noch gut genug erkennen. Ja, also wie gesagt, bitte verzeiht mir, die, die vielleicht jetzt nicht mehr gucken oder nicht mehr weiter empfehlen, es war ein kleiner Fehler, ich versuche es einfach zu vermeiden. Ja, das andere, was ich sagen wollte, ist, das ist auch wahrscheinlich eine Sache, die mehr oder weniger von euch wahrscheinlich schon kennen, dass es eben seit März 2016 eine neuere HD-Version von Twilight Princess auf der Wii U gibt. Und natürlich schon einige wieder angefangen haben, das zu gucken und auch hochzuladen. Ja, und deswegen, der Grund, warum ich das jetzt auch sage, ist einfach der, weil ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr weiter empfohlen werde und man meine Videos nicht mehr aufklickt, einfach aufgrund dessen, weil es eben noch die ältere Wii-Version für seit 2006, die seit 2006 existiert, halt Spiele. Ich spiele halt noch die ältere Twilight Princess-Version eben in NISSO HD und die ist halt von der Wii und existiert seit 2006. Und ich habe eben das Gefühl, dass ich deswegen benachteiligt werde mit meinem Kanal und dass ich deswegen nicht weiter empfohlen werde. An die, die jetzt meinen Kanal wirklich aus diesem Grunde nicht mehr weiter empfehlen, ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist kein guter Grund, meinen Kanal nicht mehr weiter zu empfehlen und meine Videos nicht zu klicken. Denn, ich möchte einfach nur sagen, das wisst ihr wahrscheinlich auch, dass die neue Version von Twilight Princess lediglich ein ganz, ganz paar kleine Veränderungen und Variationen besitzt und von der Grafik höchstens in der Ecke schärfer ist. Sonst ist es genau das gleiche Spiel wie die ältere Wii-Version. Genau das gleiche, wenn ihr also die neue Version euch anguckt und die alte, macht es fast überhaupt keinen Unterschied, weil es das gleiche Spiel ist, nur mit ein ganz, ganz paar kleinen Veränderungen. Es würde mich also freuen, dass auch wenn es eben noch die ältere Version spiele, ihr meine Videos weiterhin vielleicht anguckt und mir es auch weiter empfiehlt, weil es ist das gleiche Spiel, wenn ihr euch noch meine ältere Version euch anguckt. Also auch da bitte Verzeihung, es würde mich erst freuen, wenn dem so sei, ja. Denn wenn jetzt ein anderes Spiel, völlig klar, wenn das jetzt neu ist, aber komplett anders ist, dann ist es ja klar, dass das alte und das wäre so schön ist. Aber hier ist es eben so, dass die alte und neue Version fast hundertprozentig übereinstimmen. Und aus diesem Grunde würde es mich halt erst freuen, dass auch wenn es die ältere Spiele, ihr die anguckt, die dies interessiert und es auch weiter empfiehlt. Und ja, dann weiß es nicht, was es sonst mehr zu sagen gibt. Mehr als das kann es ja nicht tun. Ich hoffe, dass ihr das auch alles gut zur Kenntnis nehmt. Es würde mich erst freuen, wenn ihr vielleicht auch versucht, das umzusetzen. Es wird auch irgendwann probieren, auch mal die neuere Version hochzuladen, aber da muss es mal gucken, weil es mir da erstmal eine View besorgen muss und alles. Und das ist halt nicht immer so einfach. Ja, deswegen bitte für diese zwei Sachen wirklich um Verzeihung, dass ihr bitte trotzdem meinen Kanal weiter empfiehlt und auch meine Videos anklickt. Also, ich sage noch viel Spaß, bis zum nächsten Mal und ciao.